Hallöchen meine Pandasets, willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir wollen in dieser Folge näher zu dem Titanen War-Meto? War das der Titan, der Orni? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie der Titan hieß. Ich wusste das mal, um, because of ich bilde mich natürlich auch mal so privat ein bisschen weiter. Was das alles hier angeht. Ich dachte gerade dort reitet hier. Ich habe seinen Namen vergessen. Naja, gut. Ich will meinen Blue abholen. Der ist leider hinten bei dem Irrschloss. Das tut mir leid. Wahrscheinlich werden die Leute, die meinen Blue jetzt abholen, dabei sterben, aber naja. Ja. Hi. So, ich würde sagen, ich weiß nicht, wo wir hier lang müssen, aber wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg entlang. Vielleicht bringt das ja was. Hund, bitte. Der Hund meiner Nachbarn wieder. Einfach mal diesen Weg hier entlang reiten. Wir müssen es prinzipiell in das Dorf der Orni kommen. Ich weiß jetzt auch wieder, wie die hießen. In der letzten Folge wusste ich es nicht. Das ist so... I don't know. Manchmal weiß ich es, manchmal weiß ich es nicht. Schrecklich. Oh, schrecklich. Pianomusik? Ach nee, das ist die Nomadenmusik. Ach man. Manchmal... ey, nee. Ja, ich muss nicht mehr... Ja. ...prinzipiell müsste uns dann ja irgendwann bald mal jemand ansprechen und sagen, wir brauchen Hilfe. Ähm. Der Titan wütet. Oh mein Gott. Bitte. Der zerstört unser Dorf. Ja. Oder das war nur bei Waruta so. Das könnte schon unmöglich sein. Dass sie nur bei Waruta Hilfe wollen. Und die jetzt so denken, verpiss dich wir kriegen das selber hin. Kann möglich sein. Just saying. Oh. Never mind. Wir haben auch bald nichts mehr zu essen. Muss schon mal anmerken. Du rennst jetzt ganz schnell vorbei. Aber ganz schnell. Pferd bitte. Mach hinne. Ey alter. Gott. Ich hab keine Lust gegen sie zu kämpfen. Echt nicht. Weiter einfach weiter den Weg entlang. Idas. Wieder so ein komischer Spinner. Pferd. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Oh. Ja komm. Danke. Was ist denn los mit dir? So. Da wurde ich angerufen. Ähm. Was? Was? Hä? Was? Ähm. 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 Ja. Hier. Da lang müssen wir. Oder? Ja doch. Da lang müssen wir. Hä? Äh. Vollste Verwirrung gerade. Ist. Okay. Hä? Aber als ob das Dorf der Orni in so einem Schneegebiet ist. Was? Ich hab's doch selber nicht. Oh. Diese scheiß Pianomusik ne? Ich raste aus. Oh. Schön. Jetzt kein Schnee mehr. Und. Ja moin. Da kommen hier einfach irgendwelche Dinge ins. Oh. Wait a second. Also entweder ist das ein Typ der wieder sagt. Oh. Schildschlittern ist so toll. Oder es ist. Hä cool. Oder es ist ein Dude den wir gleich besiegen müssen. Weil der von ähm. Vom Jägerclan. Genau so hießen die. Vom Jägerclan. Ich habe mein Glück mal beim Schildschlittern Wettstreit mit den Hebrabergen versucht. Naja. Dabei sein ist alles. Hahaha. Wie mein. Weißt du wie schlecht der ist? Hör auf damit. Ich wollte doch nur das Fasta zerstören. Tut mir leid. Ich dachte eventuell bringt das was. Hä? Warum sind hier so viele? Hä? Hä? Hä wie cool. Oh wie cool. Das ist ja mal mega sexy. Und irgendwas war hier schon wieder. Ich angreifen wollte glaube ich. Ja moin. Das kommt jetzt nicht hierher oder? Ne. Hier soll Sonne bleiben. Ich finde das aber so cool wie man hier einfach so den Sandsturm sieht. Dann hier so das Gewitter sieht. Dann so dieses grüne wunderschöne Licht sieht. Hä das ist echt cool. Wie sexy. Das ist süß. Das sieht echt süß aus. Ist das da hinten? Nein. Ich dachte das wäre das Dorf der Orni. Okay. Ähm. Aber das da ist es. Zu 100% oder? Das sieht danach aus. Ich glaube es ist es. Ist okay. Ähm. Blue du hörst mich gleich bitte. Weil ich will hier mal ein bisschen runterschlittern. Ich hab dafür Bock drauf. Oh mein Gott. Dort ist eine Fee. Ich will diese Fee haben. Wir haben eine Fee. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Löwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Wie cool. Wir haben eine Fee. Wie süß. Oh mein Gott. Haben die dort Ton? Ach ne. Da sind auch Exophores dabei. Auf die hab ich ja jetzt gar keine Lust. Wisst ihr was? Wir schlittern doch nicht runter. Wir reiten runter. Wir sind so schneller. Definitiv. Komm Blue. Kriegst du das hin? Ja? Ganz schnell da lang zu reiten. Ja? Das kriegst du hin. Was? Haben wir hin gekriegt. Äh. Neh. Neh ich jetzt. Geh ich jetzt hier lang? Nee. Oh warte. 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 Da unten ist ein Ding ans. Da ist ein Stall. Ich will zu diesem verkackten Stall. Dankeschön. Uh. Dieser Kashiva oder wie auch immer der hieß es da. Kashiva. So sieht man sich wieder. Dir ist es wohl ergangen. Dir ist es wohl ergangen hoffe ich. Wir sind hier ganz in der Nähe meiner Heimat. Das Dorf des Dorf des Dorf des Orni. Meine Güte. Und ich muss zugeben, dass ich Heimweh habe. Hm. Meine Frau und die Kinder muss dich zu Hause lassen. Ich frage mich wie es ihnen geht. Aber ich kann nicht zurückkehren, bis ich das Versprechen erfüllt habe, das ich meinem Meister gegeben habe. Versprechen? Ach. Mein Versprechen. Darüber kann ich noch nicht reden. Aber wenn es soweit ist, wenn ich mein Teil dazu beigetragen habe, die alten Lieder zu überliefern, dann werde ich dir in meiner Heimat von meinem Versprechen erzählen. Oh. Und darum sollte ich jetzt aufhören zu reden und mich wieder meiner Kunst widmen. Ich möchte das alte Heldenlied hören, dass mein Meister... Möchtest du das alte Heldenlied hören, dass mein Meister mich gelehrt hat? Ja bitte. Oh. Mit Vergnügen legen wir los. Ach man. Das haben wir doch schon gehört, oder? Ja, das haben wir schon gehört. Das müssen wir nicht nochmal hören, das haben wir schon mal gehört. Das kenne ich. Danke fürs Zuhören. Wenn dir wieder mal der Sinn nach einem Liedchen steht, kommt vorbei. Prinzipiell müssen wir eigentlich glaube ich sogar Kashiva überall, wo er sein könnte, so finden, die Lieder anhören von ihm und dann kann er wieder zurück in die Heimat, oder was? Das bringt's auch voll aufm Erdboden zu fegen. Girl. Das ist halt... Oh Gott. Hey, wo ist unser Kumpel? Der mit dem Rucksack. Hä, wo ist der? Als ob der hier nicht ist. Wo ist er hin? Der muss ja doch irgendwo sein. Als ob der hier jetzt nicht ist. Digga! Oh, Wildbären. Sehr schön, ein bisschen was zu futtern holen. Thanks. Hier werden die Dingens gefailt anscheinend. Achso, wir sind voll. Ja gut, okay. Ist okay. Hm. Flugplatz. Weg in die Schneeberge. Ja ne, ich will nicht in die Schneeberge. Danke. Nicht nochmal. Da geht's zum Dorf der Orni, wa? Darf ich das vielleicht mal lesen? Dorf der Orni. Ja, natürlich geht's da zum Dorf der Orni. Hä, unser Kumpel mit dem Rucksack ist gar nicht da. Als ob. Ich bin enttäuscht. Ich bin mehr als nur enttäuscht von dem. Ne. Ne. Curry-Reis. Was ist damit? Weißt du, ich mag scharf gewürzte Gerichte. Jetzt was richtig scharfes und Reis. Mal überlegen. Jetzt weiß ich's. Ich habe Hunger auf Curry-Reis. Ich habe zwar Hyrule-Reis, den man braucht um Curry-Reis zu kochen, aber das Gronengewürz ist mir ausgegangen. Ich kann nicht einfach losziehen und den Stall sich selbst überlassen. Sag mal Reisner, wenn du zufällig etwas gewürzt findest, könntest du es mir bringen? Kein Problem. Da wäre ich dir wirklich dankbar. Wenn man friert und sich aufwärmen möchte, geht doch nichts über Curry-Reis. Okay. Wie süß. Es wird langsam Abend. Wir schlafen hier einfach. Ne, warte. Wir schlafen hier nicht. Nicht, wenn dort draußen ein Lagerfeuer brutzelt. Also bitte. Bis morgens. Also sorry, aber dann mache ich das doch lieber so. Aber definitiv. Sehr schön. So, Kumpel mit dem Rucksack. Ah, jetzt ist er da. Ach, der hat wahrscheinlich nur ein bisschen länger gebraucht als wir. Oh, sieh hier. Ich bin beeindruckt. Sie sind genauso ein tüchtiger Reisender wie ich. Was hätten sie denn gern? Oder möchten sie was verkaufen? Ich möchte was kaufen. Hast du eine Spur-Dingans? Nein. Ich bin schon wieder enttäuscht. Aber ich will trotzdem was verkaufen. Ich habe nämlich etwas sehr Wertvolles bekommen. Ein Diamant. Diamant. Danke. Es geht doch nichts über ein bisschen Geld, bevor man in ein Dorf kommt. Dort gibt es eh wieder irgendwelche richtig coolen Ausrüstungsgegenstände. Ich habe auch gelesen, man kann tatsächlich das Dark Link Gewand hier bekommen. Wo? Ich will es haben. Bitte danke. Also das ist so eins der Sachen, die ich hier auf jeden Fall auch haben möchte. Und dann so gegen Ganon antreten, Alter. Dann sind wir einfach so in der Endsequenz. Dark Link. Statt Link. Gibt es hier sonst noch irgendwas Gutes, was ich verkaufe? Ja. Fledermausfügel. Flederbeißerflügel. Tut mir leid. Die heißen ja nicht Fledermäusen. Die heißen ja Flederbeißer. Aha. Gäbe Schleimgelee. Das bringt auch so einiges. Und den Feuerstein, den möchte ich tatsächlich doch noch behalten. Aber definitiv. so. 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 Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. So. Ab ins Dorf der Orni. Aber erstmal hier das Chili einsammeln. Oder? Ja. Das ist Chili. Sehr schön. Jetzt mal hier einsammeln. Wait a second. Und bevor. Ganz ehrlich. Ich habe sonst ein richtig schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Ja. Gut. Gut. Will ich hoffen, dass mein Pferd hier in guten Händen ist. Also bitte. So. Ab ins Dorf der Orni. Wie. 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 Da hinten ist ja noch was. Ich sehe schon, dass die hier ein kleines Problem mit den ganzen Dingen haben, ne? Hi. Hi. Guten Morgen. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Wer bist du? Ich bin Gesane vom Stamm der Orni. Orni? Ja. Kleines Volk am Oroni See. Männer zeichnen sich mit Bogenschießen, Frauen mit Imzing aus. Aber Kashiva ist ein Kerl. Warum singt er und macht keinen Bogenschießen? Nevermind. Das lernt ihr Hylianer in der Schule, dachte ich immer. Nun. Da du schon den weiten Weg gekommen bist, solltest du dir unser Dorf auf jeden Fall mal anschauen. Das habe ich vor. Danke. Tschüss. Ey, das Dorf ist ja voll süß. Das ist so richtig toll aufs Klippen. Das ist ja immer mega. I love it. Ich mag das Dorf. Uh. Schade. Ich dachte, das wäre schon wieder so eine Quelle, wo man sich so, naja, wie hieß es, heilen kann. Ja, den da oben nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist das Dorf der Oroni. Ist okay. Dann gehen wir halt die ganzen Brücken entlang. Da sind Vögel. Ist okay. Bäh. Bäh. Das sollte ich ändern. Ja. So ungefähr. Das dürfte gehen. Ja. Das ist anscheinend das Zeichen der Oroni. Das ist voll süß mit den kleinen Seen hier. Ey, Digga, ich will einen Fisch haben. Da sind sie. Die Fische. Maxi Lachs. Cool. I need Fische. Tut mir leid, aber I need that. Das ist voll süß. Das ist voll süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tief. Das ist voll süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist voll süß. Ich will das nicht. Mann, wie soll ich da hochkommen überhaupt? Greift er mich auch nicht an, wenn ich hier unten bin? Ich meine, bemerkt er mich nicht? Das ist schon krass. Das liegt hier einfach die ganze Zeit vorbei. Ach ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit viel zu viel Angst vor dem hatte. Ich meine, erinnert ihr euch an die ersten Folgen, wo ich den immer so im Hintergrund gesehen habe oder auf den Bildern gesehen habe, wo ich mich gefragt habe, was das überhaupt ist, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, das ist ein Titan. Prinzipiell haben wir viel zu viel Angst vor den Titanen, habe ich das Gefühl, bei den Titanen. Also war Ruta jedenfalls zwar eigentlich relativ einfach. Eigentlich. Dorf der Orni. Ach, wie süß. Hallo. Hm? Ein Reisender? Ich würde ja gerne alles zeigen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wie läuft? Hast du das Monster am Himmel gesehen? Das ist Vamedo. Vamedo, sage ich ja. Er ist vor ein paar Tagen aufgetaucht. Ein paar von uns haben sich zu nah herangewagt und wurden abgeschossen. Früher war er einmal die Schutzgottheit unseres Dorfes, aber jetzt scheint er uns feindlich gesinnt zu sein. Umgekehrt heißt das, wenn man sich ihm nicht nähert, ist man sicher. Das haben wir mittlerweile verstanden. Deshalb gehen wir jetzt alle durch dieses Tor ein und aus zu Fuß. Dass wir so etwas mit uns machen lassen in unserem eigenen Dorf. Es ist eine Schande. Hast du noch andere Fragen? Wo sind wir hier überhaupt? Das hier ist das Dorf der Orni. Aber Besucher kommen uns gerade etwas ungelegen. Hör dich drinnen um, wenn du mehr wissen willst. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, bis dann. Das ist echt traurig. Die Orni, die sind halt... Überlegt mal, das sind Vögel. Die fliegen bestimmt für ihr Leben gern. Und jetzt werden die prinzipiell eigentlich wegen diesem Monstrum flugunfähig gemacht. Das ist mega traurig. Ah, hier ist wieder was zum Beten. Cool. Ach. Ach nee, ach. Okay, das ist ein Kerl. Guten Morgen. Pedda. Ich nenne jetzt Pedda. Ich weiß nicht warum. Ist dir auch aufgefallen der Titan Vamedo? Ja, klar ist er mir aufgefallen. Er hat das Dorf in große Schwierigkeiten gebracht. Aber mal etwas ganz anderes. Meine Mutter drängt mich jeden Tag dazu, im Laden auszuhelfen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Aber an welchem Ort würde es sich lohnen, einen Laden zu eröffnen? Wait. Ach. Ja, 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 ja. Joa-lan-da. Da! D-d-d-da. Da! Da! D-a! Kumpel! Ich muss mit dir reden! Nein! Pedda! Joa-lan-da! La-den! Da! Ich muss mir den jetzt aufschreiben, wartet. Ähm. Da! 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 Es tut mir leid, aber der Typ muss einfach... Wo ist es? Wo ist es? Wo war das denn nochmal? Ah, nee, hier hinten war das. Genau, der muss hier einen Laden öffnen. Und der muss mithelfen. Er... Er endet auf da! Wie Joa-lan-da! Das ist mir gerade mal aufgefallen. Hör auf damit! Es tut mir leid. Ach. Der Titan war Medo und meine Mutter. Ich habe alles satt. Ich habe keine Lust, im Laden aufzuhelfen. Mhm, mhm, mhm. Ach, Mann. Wahrscheinlich kann ich erst später mit ihm reden. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist okay? Ist okay. Ach, das hier ist... Ah. Aha. Okay. Oh. Wait. Ein Hylianer? Was machst du hier? Hä? Ich hätte mit allem gerechnet, aber mit keinem Hylianer im Dorf der Orni. Ist okay. Hallo. Guten Tag. Yogo. Nee, du darfst nicht bei Joa-lan-dauers helfen. Bist du zufällig auch aufreisen? Äh, ja. Dachte ich's mir. Was gefällt dir hier im Dorf der Orni am meisten? Mir gefällt immer, wie schlicht hier alles ist. Aber für die Flitterwochen war das wohl die falsche Wahl. Klar, Flitterwochen im Dorf der Orni. Nur ein Titan wütet. Das ist so. Beste Wahl, Kumpel. Beste Wahl. Meine Frau meckert in einem Ford. Es ist zu kalt. Hier gibt es nichts zu tun. Oh, weh. Wenn es so weiter geht, sind wir am Ende der Witterflöchen Flitterwochen schon wieder geschrien. Ich muss Röstapfel machen, damit meine Braut mich wieder mag. Deshalb brauche ich Feuersteine, um Feuer machen zu können. Aber du hast keine dabei, oder? Ich kipp dir Feuersteine. Ich hab welche. Ja. Wie kannst du Feuersteine riechen? Ich... Ich frag mich generell in diesem Spiel. Hat jeder eine gute Nase? Und die riechen immer, was ich dabei habe. So. Feuersteine. Rubine. Bootkröken. Okay. Okay. Finish her. Ey, dieses Dorf, ne? Das ist so wunderschön, Alter. Ach. Ah, ein Reisender, was? Wir haben uns gerade über dieses Monster am Himmel unterhalten. Vamedu heißt es. Angeblich war das Ding vor langer, langer Zeit immer auf unserer Seite. So ist es. Der Recke unseres Dorfes, Revali, hat es einst gesteuert. Zumindest erzählt der Häuptling das. Dann wird's schon stimmen. Aber wieso greift es uns denn jetzt an? Vielen Dank für Ihre geschätzte... Oh, du bist es nur. Dank diesem Vamedu da im Himmel ist mir die Motivation zu arbeiten gründlich flöten gegangen. Das Ding hat vor langer Zeit mal der Recke unseres Dorfes der große Rivali gesteuert. Es war unsere Schutzgöttheit. Ha. Ich spiel den Besserwisser. Dabei plappert er nur das nach, was der Häuptling erzählt hat. Hallo. Wir haben gerade über das... Ja, ja, ist okay. Ich dachte, er erzählt vielleicht mal ein bisschen was anderes, aber naja. Das hier ist ein Laden, oder? Herein spaziert. Hallo, willkommen beim Frechspatz. Hier findest du alles, was du brauchst. Hier kann ich denn weiterhelfen. Ich möchte verkaufen. Nein, ich will doch nichts verkaufen. Ach, nee. Nee, nee, nee. Oh, was? 200 Rubine pro Bombenpfeil? Nee, danke. Glutling? Rohrzucker? Rohrzucker kennen wir gar nicht. Ziegenbutter. Nee, bisher brauche ich nichts. Tschüss. Später vielleicht. Lass mich raten, ganz oben unter der Hüttel? Ah, yes. Anti-Schneefedern. Her damit. Geil. Ohne Gewand. Her damit. Genial. Ohne Hose. Verdammt. Kann ich bei dir verkaufen? Ich kann verkaufen. Wir brauchen 500 Wands, glaube ich, ne? Haben wir den hier? Ja, super. Verkaufen. Verkaufen. Ey, komm, wir brauchen noch 20 Stück. Ich möchte verkaufen. Ich möchte verkaufen. 28 Rubine. Ich glaube, es waren 500. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, 550. Ach du Scheiße. Ich möchte verkaufen. Auch wenn ich nichts mehr verkaufen kann. Ja, super. Das bringt mir auch was. Wichtig ist, dass wir die hier nicht verkaufen. Yes! 100 Rubine. Oh mein Gott. Wir hatten doch noch einiges zum Verkaufen anscheinend. Her damit. Cool. Ich zieh mich direkt um. Das sieht ja mal mega cool aus. Ich feiere das Gewinn. Das sieht schön aus. Ich mag es. Schade. Ich feiere dieses Gewinn. Ist okay. Das ist kleine Babyhunde. Das ist das Süßeste, was ich hier gesehen habe. Ich möchte es adoptieren. Oh mein Gott, wie süß. Was ist los? Bloß weil Vamedo da herumfiegt, geht es allen schlecht. Molles Papa wurde verletzt und Tulles Papa ist verschwunden. Mama und meine Schwestern sind deswegen alle traurig. Und ich, ich kann nicht helfen. Oh nein. Wenn Papa nur hier wäre. Warte mal. Wer ist denn dein Papa? Niemals. Das ist doch nicht Dingens. Ich weiß gerade nicht, wie er hieß. Der, der immer singt. Der meint, er müsste erst seine Aufgabe führen, bis er zum Dorf zurückkehren kann. Oh Gott, nein. Wer bist du denn? Ein Reisender? Na gut. Dann sorgst du dafür, dass der große Vogel am Himmel uns in Ruhe lässt. Das mache ich. Auf keinen Fall. Kili sagte, dass er dann wieder singen üben muss. Es tut mir wirklich leid, dass Molles Papa Hertes verletzt wurde. Aber ich mag einfach nicht singen üben. Die kleine Hass-Würsing. Oh, eine Topfdecke. Oh, ne, okay. Okay. Einfach ganz viel Kraut kochen. Das wird doch safe und ungeniesbar. Das wird doch wieder irgendeine Pampe. Wildgemüse-Schmaus. Wow, und ein Viertelherz. Das ist das krasseste, was ich je gekocht habe. In die Hand. Maxi-Lachs, Edelwild, Geflügel. Und, oh mein Gott, wollen wir die Fee? Das tut mir leid, Fee, aber... Maxi-Fleisch-Spieß. Toll. Damit habe ich halt einfach die Fee jetzt feinjagt. Na, super. Ich fand das gerade gut. Kochen. Ich muss ein bisschen was kochen, Leute. Es tut mir leid. Edelgrillteller, das ist cool. Den mag ich. Super. Nehmen wir jetzt Sportling. Nehmen wir jetzt das. Prinzessinnen. Nochmal das. Und das hier. Rein damit. Kochobst. Das ist gut, danke. Haben wir noch ein paar Pülze. Nehmen wir halt dreimal Rüstgras. Zweimal dieses Prinzessinnen-Ding. Prinzessinnen-Encier. Das ist schon traurig. Die sind halt mit Gemüse cool. Die sind halt voll selten, ne? Wir verballern die einfach. Puff. Rein damit. Okay. Also so manches Mal, ne? Denk ich mir auch so, was hast du da gekocht, Link? Das ist nicht schön. Schleichschnecke. Rein damit. Mal gucken. Das wird dubiose Matsche. Ja, moin. Okay, never mind. Immerhin haben wir es versucht. Okay, hier können wir anscheinend losfliegen. Wenn sie fliegen könnten. Wegen dem da. Ahem. Naja. Ach, hier unten sitzt der. Ach ja. Ja, Mensch. Ich muss mich hier irgendwann noch ein bisschen orientieren. Ja. Fliegvogel. Nein, du fliegst nicht. Willst du eine Geschichte hören? Ach, wie süß. Ja. Schön. Das wollte ich hören. Ahem. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf dem großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah ein riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher. Und dann tat sich der Bauch des Vogels auf und darin war was ganz Wertvolles. Und das war's. Ach so, und das war. An der Stelle bin ich immer eingeschlafen. Ah, aber ich weiß genau, welcher große Baum das war. Der große Baum, da kannst du ihn sehen. Okay. Der da oben auf der Spitze, oder was? Ja. Von dem aus ist mein Opa zu dem weißen großen Vogel geflogen. Okay. Hm. Der war bloß... Was war bloß im Bauch des Vogels? Mein Opa kann ich nicht mehr fragen. Es ist traurig. Ich werde es nie erfahren. Der einsame Baum. Hm. Molly. Aha, aha. Es war einmal das, was man... Hm, 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 hm. Hier ist, glaube ich, der Baum. Hier oben. Nordwesten nie. Also nach hier ist er geflogen. Hier hinten irgendwo anscheinend. Okay. Cool. Das kriegen wir auch hin. Hä? Ach, er fliegt da nur vorbei. Das ist okay. Erstmal nach dort. Und den Schrein zum Leuchten bringen. Mhm. Dann haben wir das hinbekommen. Ach, ich wünschte, sie würde langsam vernünftig werden. Was ist denn los? Kili, unser Nesttätchen, quengelt ständig herum, ne, dass sie zu den Brüdern Brüderfelsen will. So geht es seit Tagen. Brüderfelsen. Heißt nicht Zwillingsberge? Wir haben fünf Töchter, musst du wissen. Seit der Titan aufgetaucht ist, sind sie launisch geworden und rauben mir noch den letzten Nerv. Wenn mein Mann nur wieder bei uns wäre, dann wäre alles einfacher. Das ist die Frau von Dingens, ne? Ach, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Warte mal. Wie hieß der denn? Kashiva, genau. Kashiva hieß er. Das ist die Frau von Kashiva. Und das ist eine Tochter von Kashiva. Die ganzen Kinder hier sind generell die Töchter und der eine Sohn von Kashiva. Oh Mann, Kashiva, du musst wieder zurück. Die warten alle auf dich. Wie traurig. Aber nein, er erfüllt einen wichtigen Dienst. Ich darf nicht noch anfangen, eigensinnig zu werden. Alle sagen, dass ich das Dorf nicht verlassen darf, weil es draußen zu gefährlich ist. Ich will doch nur mit meinen Schwestern an den Brüderfelsen singen. Wamedo ist so blöd. Hey, Kitty, sowas sagt man nicht. Aber, aber, stimmt doch. Sie hat doch recht, der ist blöd. Merk. Ich bin gespannt, wie das alles hier weitergeht, wenn ich den zerstört habe. Den Wamedo, beziehungsweise nicht zerstört habe, sondern zur Vernunft gebracht habe. Da unten waren wir ja schon. Alter, wie weit ist denn dieses Dorf noch? Was ist hier? Hallo. Um in Zeiten von Ungeheuern wie Wamedo auf Abenteuersuche zu gehen, muss man doch verrückt sein. Wovon redest du? Wovon ich rede? Sag bloß, dieses riesige Monster am Himmel Wamedo ist dir nicht aufgefallen. Den haben wir es zu verdanken, dass hier alle ausflippen. Wenn ich ein geübter Krieger wäre, würde ich das Ding einfach frontal angreifen. Do it. Girl, do it. Deppin? Hallo. Ja, tut das weh, so ein Mist. Was ist denn? Das, das ist mein Problem, nicht deins. Verdammt, dieses Monster. Ach, der hat das Monster angegriffen. Wer bist du? Ich bin Hertus und ich baue die besten Bogen in ganz Hyrule. Zumindest theoretisch. Solange ich meine Flüge nicht bewegen kann, baue ich gar nichts. Alles in Ordnung? Ach, ich hätte besser auf den Häuptling hören sollen. Gute Besserung. Danke. Ich wollte ihm nur noch mal gute Besserung wünschen. Oha, ich brauch den. Ne, brauch ich doch nicht. Der ist schlechter als meiner. Ach, das hier ist der Flugplatz, wa? Die anfangen können zu fliegen. Guten Tag. Herr Reisender, hast du Vamedo gesehen? Wir sind ratlos, was wir tun sollen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird mein Herz so schwer. Wann können wir endlich wieder unbeschwert das Leben genießen? Ach Gott. Was ist das? Dumm, didum, lalalalum. Ach. Seit dieser Vamedo aufgetaucht ist, kriege ich kaum einen vernünftigen Ton daraus. Ich hoffe, du bist nicht hier, um meine unglaubliche Stimme zu hören. Das würde mir leid tun. Ach ja, stimmt ja. Die kriegen ja Gesangsunterricht, die Kleinen. Also die Mädels. Wait. What is that? Hä? Da muss doch eine Kugel in der Nähe sein. Oder so. Muss da nicht eine Kugel? Ne, ich check's nicht. Da gehen wir gleich hin. Also, wenn wir mal Vamedo gemacht haben. Dann gehen wir da hin. F.M. So. Erst mit dem Kleinen. Tag. Tag. Ja, gute Antwort. Wer andere ordentlich grüßt, ist eine gute Person, sagt Papa immer. Ach ja, hör mal zu. Ich bin mit Papa verabredet. Wie schön. Ja, wenn man am Flugplatz die Flüge ausbreitet, dann... Wusch, f*** mal los. Wo ist denn der Flugplatz? Da hinten, wo die Fahnen sind, da liegt der Flugplatz. Wie süß. Ich hoffe, Papa kommt langsam mal zurück. Ich freue mich schon so. Ach nein. Ne, warte, Tooling. Hat der unten nicht gesagt, er ist der einzige Bruder zwischen Geschwistern? Hallo, mein Freund. Während Papa zurück ist, muss der Flugplatz... Ach so, nee, das haben wir schon gefragt. Du musst es nicht nochmal erzählen. Aha. Kumpel, bitte. Oh Gott sei Dank, regnet es nur und nicht gewittert. Grrrr. Schon wieder dieses Licht. Irgendwann werde ich das Vieh da oben einfangen. Bist du ein Reisender? Wieso? Nein, es ist nichts. Ja? Bitte kümmere dich nicht weiter um mich. Okay. Never mind. Tschüss. Äh, äh, äh. Ah, Holzweine. Cool. Ach, okay. Das ist der... Dingens. Ich habe Angst vor dem Geistervogel. Ich hoffe, der frisst mich nicht. Hat dir der Häuptling auch von ihm erzählt und hast du gar keine Angst? Keine Angst. Oh, super. Du bist so mutig, dass du ein Recke sein könntest. Ähm. Link. Sag jetzt nichts Falsches. Ich weiß, du bist zwar der Recke der Hylianer, aber die würde dir eh nicht glauben. Der. Tut mir leid. Hast du keine Angst vor dem Geistervogel? Oh. Du siehst aus wie eine Eule, Alter. Andere sehen aus wie so Falken oder so. Nicht Falken, warte. Adler. Ich habe gerade an Animal Crossing gedacht und an die Vögel dort. Adler. Oh, ein Gast. Oh, ho. Was du da am Gürtel hängen hast, ist das etwa... Wo sind denn meine Manieren? Ich bin Kanili, der Häuptling des Dorf der Orni. Also, was du da am Gürtel hängen hast, ist das ein Schikastein? Genau. Oh, ho. Stimmt also wirklich. Du bist ein Recke und kannst wie Rivali den Titan Vamedo steuern. Nein, es kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schikastein geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken. Wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. Ich bin kein Nachfahre, ich bin ein Recke. In Ordnung. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du ein Nachfahre eines Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Vamedo, der über uns am Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Teber und Hertes, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Vamedo auszukundschaften. Dabei ist Hertes verletzt worden. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhöre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Teber. Er hat vor, Vamedo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm. Zusammen könnt ihr Vamedo vielleicht aufhalten. In der Nähe des Dorfes. Ah, aha. Hier drüben. Wahrscheinlich hier unter uns. Ja. Das kriege ich hin. Keine Sorge. Das kriege ich hin. Ich will nicht fliegen, Leute. Es tut mir leid, weil mir wurde gesagt, wenn wir fliegen, also von den Juts hier in dem Dorf. Also von den Orni wurde ja gesagt, dass wenn wir hier fliegen, dass Vamedo angreift. Das ist voll traurig, ey. Böser Vamedo, Alter. Wie hieß der nochmal? Saki. Wo ist denn Saki? Ist das das Girl da hinten, oder was? Nein, das ist nicht das Girl da hinten. Saki? Nee, das ist Pedder. Das ist Pedder. Vielleicht hier unten. Wo zur verfickten Hölle ist Saki? Der ist doch der Punkt unten. Ich orientiere mich die ganze Zeit an dem Punkt da unten. Allerdings, ähm... Naja... Bist du Saki? Masuri? Nee. Ich such Saki! Ah! Ich denke, Saki ist kein Jüngling. Das wäre schon so ein bisschen... ...sehr... ...lebensmüde. ... 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 Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch im Pro in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich Revali der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Ha! Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, hab ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch! Ich hab's ja nicht mal 할�." Oh non. Ja, egal. Hahaha! Ich mag Rivali nicht. Es ist wieder so ein Charakter, der am Anfang so richtig eingebildet, hochnäsig und scheiße ist. Und am Ende dann doch wieder so richtig klein wird und sagt, du bist der Bessere. Die hatten alle recht, du bist stärker als ich es jemals sein könnte. Bitte hilf mir. So einer ist das. Oh mein Gott. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Du sahst so weggetreten aus. Verzeih mir. Ich wollte nicht anmaßen klingen. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich später gerne fragen. Ja? Wenn der Häuptling dir vertraut, werde ich auch dir alles sagen, was ich weiß. Okay. Hilf meinem Mann. Hilf Theber. Ich bin so froh, dass wir diese Punkte haben. Weil... Wo ist der Turm hier? Der Turm von hier ist da hinten. Der, ne? Ziemlicher Sicherheit. Wir gucken mal in die Richtung. Super. Voll in die entgegengesetzte Richtung. Aber ist okay. Wir gehen jetzt erst zu dem Turm, weil ich will unbedingt... Jetzt erstmal den Turm machen. So. Und bevor wir jetzt gleich abgeknallt werden. Wir fliegen jetzt nur noch über die Schlucht. Und dann war's das mit dieser Folge. Wie ich werd abgeknallt. Wie ich werd abgeknallt. Wie ich werd abgeknallt. Wie ich werd abgeknallt. Bitte nicht. Bitte nicht. bitte nicht 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 oh mein gott I'm so glücklich. ne, aber was ist das hier? aber natürlich dann halt nicht ne Fee Hä? Hyrule Pils? So. Okay, dann hier hochklettern. Also ich sag eben noch, wir machen jetzt noch die Schlucht. Und dann war es das mit der Folge. Genau, genau. Erinnert euch dran. Ich lüge anscheinend. Hey, wo ist der denn? Der war doch eben hier. Pisst euch! Du auch. Hey, der war doch eben hier. Piss dich. Was? Ach. Ah, aha. Was machen die da? Weg. 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Güte! Mistviecher, ey! Kleine ekelhafte Pissbacken! Ekelhaft! Ach, da hinten ist er! Ajo moin! Ich freu mich! Wieder die wunderschöne Kotze Ganons! Kein Auge in Sicht! I love it! Ja, ich nehm das Kotze Ganons! Jetzt die Kotze von Ganon ist! Wait! Wo ist der? Urgh! Geh die geht! Unheilvolle Kotze Ganons, alter! Mal gucken, ob ich darüber fliegen kann! Gib mir dein Fleisch! Danke! Das hier wäre eine gute Stelle! Um irgendwie darüber zu fliegen! Was zur verfickten Hölle ist das? Das sind jetzt aber keine Fußstapfen, oder? Das sind Fußstapfen! Von was sollen das denn Fußstapfen sein? Oder dort ist die roten... Nein! Ich habe Angst! Wir gehen mal ein bisschen nach dort! Und gucken mal... In die Richtung! Ob da irgendwas riesiges Fettes ist! Du kommst jetzt aber auch nicht auf uns zugeflogen, oder? Du siehst mich jetzt nicht, oder? Du knallst mich jetzt nicht ab, oder? Oh mein Gott! Ew! Das ist kein Ding! Okay, gut! Oh, wir werden abgeknallt! Wir werden abgeknallt! Bitte nicht! Bitte nicht! Dort war eine rote Sternschnuppe! Just saying! Hab ich mal eben so gesehen! Leuchtet es dort jetzt? Wenn das eine Sternschnuppe war... Holen wir die gleich! Oh! Leuchtstein! 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 Danke! Leuchtstein! 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 Was zur Hölle ist da? Ah, okay! Ein Ding jetzt noch! Ein extra Fuß! Das Schlimmste, was hier jetzt passieren kann, ist, dass hier ein Leune ist! Das wäre das Schlimmste! Okay, wenn schon machen wir doch noch den Turm! Obwohl, wisst ihr was? Den Turm machen wir in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild! Bis zum nächsten Mal! Tschödelü! Bis zum nächsten Mal!